ja moin ihr lieben willkommen zurück vorher nachher folge acht mittlerweile was denke ich mir bei der fotografie das frage ich mich manchmal auch und wir schauen uns bilder an wie sie im urzustand aus der kamera gekommen sind also dieses out of cam und dann immer eingeblendet das bild was habe ich daraus gemacht und was war meine idee dabei also willkommen zu teil acht dranbleiben hoffentlich spannend ja moin ihr lieben willkommen zurück ja vorher nachher teil acht vielen vielen dank dass ihr diese serie nach wie vor an nehmt und schaut und auch kommentiert freut mich immer sehr auch teilweise verbesserungsvorschläge schickt klar ich habe heute zwar 1 2 3 4 sieben bilder mitgebracht und ja in den letzten wochen war es ein bisschen weniger aufgrund wetter situation und natürlich nach wie vor klar lockdown irgendwann wird es auch ein bisschen enger und die bilder heute sind auch gar nicht so spektakulär was die bearbeitung angeht oder halt die location natürlich ich habe sie hier auf dem ipad das heißt ich schaue hier auch selber noch mal drauf und euch werden sie eingeblendet bilder sind gemacht entweder mit der rico gr3 oder mit der leica q2 monochrom okay ich würde sagen wir starten ja das erste bild winter wonderland war kleiner winter photo walk wo war was wir auch eigentlich gefilmt haben aber wir haben es dann doch nicht irgendwie veröffentlicht war mit der rico war ein wunderschöner tag da waren wir unterwegs und die sonne stand das war nachmittags dann auch langsam schon relativ relativ tief und ja war so ein war so ein im grunde so eine szene wo einfach drei dinge drin waren das war natürlich einmal die person die vorne halt in dem licht unterwegs war das war andererseits halt klar die die sonnensterne oder der sonnenstern oder blenden stern wie man es auch immer nennen mag und natürlich die schönen schatten die da geworfen wurden und das war glaube ja klar war es die rico aber mit dem wie heißt das positiv film so kam das da raus man hätte es einfach so lassen können logisch ich finde dass auch hier schon diese kälte ganz gut rüber kommt das hat die kamera gut eingefangen also trotz der sonne keine sehr warme töne und natürlich ich wieder habe umgewandelt in schwarz weiß habe fand halt gerade dieser kontrast zwischen dem hellen schnee und dem wirklich dunklen schatten da habe ich gar nicht viel dran gemacht ich habe die lichter ein bisschen noch bearbeitet ein bisschen kontrast rein und hatte da für mich eigentlich ein sehr stimmiges bild was so gutes erinnerungsstück dieses winters ist weil wirklich viel schnee hier gehabt und dazu auch mal wirklich zwei tolle sonntage ein bild kommt auch noch später und ja letztendlich vorne natürlich dann noch ein bisschen beschnitten weil auf dem ursprungsbild links in der ecke war ja dann noch so eine art bank und mülleimer die wollte ich nicht haben und das war es dann eigentlich auch und ich finde ein bild das ein bisschen in die tiefe zieht aber wo man auch noch so ein paar highlights entdecken kann und das gefiel mir so ganz gut und das war dann halt die endversion ja beim nächsten bild war ich spät abends unterwegs also es war kurz vor dunkel also es war so ein bisschen nacht walk und natürlich wieder an meiner stelle vor dem einkaufszentrum und mir war hier wichtig dass ich oben halt diese lichter die ja auch so ein bisschen dreckig oben sind und die wollte ich da wollte ich also auf keinen fall das risiko eingehen dass mir das ganze irgendwie abrauscht und habe dann nachher zu hause geschaut weil es eigentlich wirklich eine schöne linie und dann ging auch noch einer in der mitte und da war der plan ihn ein bisschen raus zu heben und die rechte seite wo die säule ist wo dieser baum noch ist das wollte ich gern weg haben hab das bild also somit beschnitten und dann die person ein bisschen aufgehellt das war halt einfach auch mit dem pinsel ein bisschen so dass man das gefühl hat er steht halt unter dem spot und dann ist halt letztendlich dieses sehr stimmige bild für mich dabei rausgekommen mir gefallen hier persönlich die details und die finde ich hier sieht man sehr schön die abstufung der grau und schwarztöne und habe hier auch gar nicht groß mit viel kontrast oder sonstigem gearbeitet auch klarheit und so alles sehr dezent ich habe sogar ein bisschen schärfe rausgenommen bin ich der meinung und da habe ich dann wieder gesehen dass der sensor da wirklich seine stärken ausspielt gerade wenn das licht ein bisschen schlechter wird ist das also wirklich schon noch wirklich krass was man rauskriegt und von daher gar nicht viel bearbeitet einfach überlegt was möchte ich da haben was möchte ich ausdrücken person sollte schon die werden ersten im ursprungsbild ein bisschen untergegangen habt ihr ein bisschen aufgehellt und versucht hat diese strukturen oben in diesen lampenschirm so weit wie möglich zu erhalten ja im nächsten bild das ist mal ein gutes beispiel da war ich wirklich total unsicher bin es auch heute noch letztendlich wenn ich mir das ergebnis anschaue das war halt in braunschweig in der innenstadt und wir haben halt da natürlich sehr viel rechte seite alte architektur gegenüber linke seite auch sehr futuristische dinge dazu halt die spiegelung und hinten um die ecke kam genau diese sonne reingekracht ich habe das bild auch in schwarz weiß umgewandelt das gefiel mir aber nicht so richtig gut und da habe ich dann tatsächlich mal das war wieder die riko mit farbe gearbeitet und versucht so ein bisschen so ein moody ton so ein bisschen ja ist mir noch nicht ganz gelungen irgendwie so ein bisschen ja kann das kaum beschreiben weil das so ein bisschen nicht so klar haben und aber die spiegelungen so dass man vielleicht doch genau hingucken muss und ja habt da ein bisschen dran rumgearbeitet und ich zeige euch das aber hier trotzdem aber das ist halt genau das thema da war ich dann auch wieder so sehr mit farben beschäftigt was für eine tönung und so weiter und so fort hätte man es vielleicht einfach lassen sollen hätte man es doch schwarz weiß machen sollen aber ich fand diesen moody ton dann doch ganz gut mit diesem bisschen türkis vielleicht hätte man noch ein bisschen mit verlaufsfiltern arbeiten können habe ich jetzt alles nicht gemacht und das bild ist dann halt letztendlich so wie es dann ist bearbeitet worden aber ja da könnt ihr ja mal schreiben wenn ihr dann andere idee gehabt hätten anderen ausschnitt gut hätte man sich ja machen können aber Farbgebung halt schwierig ja im nächsten bild auch war ein sonntagsfotoburg nachdem dieser immense schnee einbruch kam waren wir hier am ort unterwegs und es waren da minus sieben minus acht grad es war klirren kalt es lag da die straßen waren vereist es lag da noch richtig schnee aber aber wunderschön da zweieinhalb wochen zweieinhalb wochen zweieinhalb stunden unterwegs zu sein da hatte ich die q2 monochrom mit die sich im übrigen da bei feuchtigkeit nässe minus acht grad problemlos verhalten hat und ich hatte da natürlich auch keinerlei bedenken sie da einzusetzen und das war also alles perfekt was das technische angeht ja und hier halt natürlich war halt eine szene mit genau der sonne volles rohr entgegengesetzt und halt genau dieser ausschnitt durch die häuser was die schatten angeht und das war natürlich klar das kam wie gerufen dass ich das noch ein bisschen dramatisieren wollte hab dann hier ein klein wenig den ausschnitt auf der rechten seite noch verändert das ganze also schwarz wirklich runtergezogen und licht darunter gezogen ist ist da oben ein bisschen flair aber in dem blendenstern das war mir aber egal mir ging es eigentlich um den schatten und dass die person da vorne doch noch so ein bisschen angeleuchtet wurde und die häuser mehr oder weniger eine silhouette darstellen und ein bild was mir sehr sehr gut gefällt einfach weil man einerseits dieses schattenspiel hat andererseits aber auch sieht durch den schnee vorne durch die wirkliche spiegelung der sonne im eis im schnee auch die straße war völlig vereist eigentlich ein schönes erinnerungsbild aus dieser winterzeit 2021 und ja bild was mir gut gefallen hat weil das war wirklich so rucki zucki ausgelöst im gehen mit einer fünf hundertstel blendenkorrektur glaube sogar minus zwei und blende glaube elf oder so müsste ich in die exefs gucken aber auch da war das ursprüngliche bild an sich schon soweit in ordnung ja das nächste bild ist ein ganz gutes beispiel wenn man vielleicht eine szene im kopf hat und wenn die belichtung ist aber im ersten moment nicht hergibt das vertrauen oder die kenntnisse seiner kamera dieses bild trotzdem erst mal zu machen und ich habe hier über die schulter fotografiert habe auf das handy fokussiert die sonne kam volles rohr von vorne und ich bin da trotzdem ich weiß nicht ob ich auf 28 oder sogar auf 1 7 war wollte halt ein bouquet haben ich glaube 28 war ich und trotz allem funktioniert das und klar das handy war dann natürlich weil es ging mir auch hinten ich wollte unbedingt vermeiden dass mir hinten halt die lichter halt aus oder weg laufen weil ich gemerkt dass ich mit der kamera deutlich mehr unterbelichter als man es vielleicht üblicherweise tut und dann ist man immer auf der sicheren seite man hat zu viel luft und so konnte ich dieses bild was ich im grunde so gelassen habe wie es ist ein klein bisschen beschnitten habe konnte dann einfach mit dem pinsel das handy halt markieren und konnte da den bildschirm komplett wieder herstellen also hätte es alles noch heller machen können das ist wirklich mal ein tolles erlebnis gewesen was für eine dynamik dann doch in den files steckt um halt diese aufnahme halt machen zu können und man kann das ja auch noch vergrößern ich glaube bei flickr habe ich dieses bild jetzt auch drin da kann man das ja mal ganz gut vergrößern also das display ist gestochen scharf mit diesem baum mit der sonne und fand ich eine ganz schöne szene in diesem wald und weil auch dort wieder die schatten toll fielen und habe im grunde da nicht viel gemacht klein bisschen vorne das gesicht noch erhält weil die sonne ja von vorne kam und natürlich das handy display erhält aber das ist ein bild was mir sehr sehr gut gefällt ja kommen wir zum letzten bild gleiche szenerie ein bild was ein bisschen für vorore gesorgt hat nachdem ich es hochgeladen hatte also die menschen zuspruch bekommen hat und auch hier eine szene halt mit den diesem weg hinten mit einer person dann links eine bank rechts halt fußspuren im schnee und die sonne war direkt hinterm baum ich wollte da halt bewusst mal nicht irgendwelche blenden sterne haben sondern stand halt direkt diesem schattenwurf drin und habe halt auch dort wieder seht ihr schon im original sehr und also unterbelichtet versucht halt so viele details wie möglich zu erhalten und dann das bild war mir schon beim aufnehmen klar soll dann wirklich hinten in den weg rein ziehen und dennoch sollte vorne so untere rechte ecke so ein bisschen so dieses schnee feeling silbere feeling das halt so ein bisschen dramatik aber auch diese kälte rüber kommt und hab das bild dann in der endgültigen version halt da auch mit den tiefen und den lichtern mit ein bisschen bisschen beschnitt auf der lehne gar nicht ist gar nicht beschnitten also nur mit den tiefen lichtern und kontrast gearbeitet und das war's dann und hinten natürlich dann den weg ein bisschen aufgehellt um den blick so ein bisschen hinten rein zu ziehen aber trotzdem vorne diese details in der rechten unteren ecke zu haben ja bild was mir sehr sehr gut gefällt selber muss ich schon sagen und scheinbar den anschauenden auch und ja spiegelt halt für mich genau diesen tag wieder klirrende kälte richtig schnee gehabt aber dennoch wunderschöner tag um draußen zu sein ja das Passiert dann halt einfach mal Soll ich sagen wenn man das ursprungsbild sieht es ist eher normal und trist aber in der bearbeitung hat man natürlich diese möglichkeiten und warum soll man die nicht nutzen um da vielleicht doch ein bisschen was besonderes zu schaffen Ja kommen wir mal zum letzten bild typische szene einkaufszentrum jener irgendjemand schrieb die letzten tage corona leeres kaufhaus ja ist halt wie es ist aber dennoch ist es gute fotos zu machen sich zu bewegen und nicht nur zu hause zu sitzen ich finde man kann das verantwortungsbewusst machen in dieser zeit man kann abstände einhalten man kann aufpassen was man anfasst und berührt und da ich nicht bruce gilden bin der den leuten einen meter vor das gesicht springt ist das alles auch überhaupt kein thema ja die idee war hier ich habe da halten wie immer verschiedene aufnahmen gemacht menschen auf rolltreppen menschen von oben und hat halt diese szene hier was mir ganz gut gefiel bei dem bild halt erstens dass da tatsächlich gerade ja im grunde die gesichter nicht zu sehen sind aber trotzdem drei menschen auf der rolltreppe sind und ich fand den winkel ganz gut und wollte dann das in schwarz weiß umwandeln und diesen ausschnitt extrem irgendwie hervorheben was mit der rico auch mit der rico gia 3 im übrigen sieht es ein gutes beispiel überhaupt kein problem ist und habe dann halt einen ausschnitt gewählt habe das ganze ein bisschen gedreht so wie es mir gefiel und habe dann da diese ja staffelung der menschen auf den rolltreppen es wäre natürlich jetzt noch cool gewesen wenn oben jemand gewesen wäre vielleicht mit einer hand um sich dort festzuhalten aber das war halt leider nicht und so ist das mal ein bisschen abstrakteres bild aber fand das halt trotzdem ganz spannend und einfach ausprobieren und ruck gucken was bei rauskommt also selbst wenn man so ein originalbild hat das ist ja 28 mm brennweite ist ruhig mal mutig reingehen bisschen gucken ein bisschen schauen was man da rausholen kann und auch das bild hat viel freude bereitet nach dem veröffentlichen muss schon sagen und ja ihr seht das waren jetzt nicht so spektakuläre bilder und das war auch von der bearbeitung nicht so spektakulär was natürlich vielen dingen gerade geschuldet ist aber dennoch ist es wichtig raus zu gehen und fotos zu machen für für die seele für den kopf um andere ideen zu kommen und kreativ zu sein und es kommt irgendwo immer was dabei raus mal besser mal schlechter mal auch überflüssig mal überraschend gut aber entscheidend ist ja dass man es macht und dass man einfach auch los geht es schrieb mehr letztens jemand dass er immer wieder überrascht ist dass ich aus so trivialen einfachen dingen schöne motive raus finde ja die würde ich mir im vorfeld wahrscheinlich auch nicht aussuchen und nicht planen wenn ich andere möglichkeiten hätte derzeit zu reisen in anderen städten zu sein oder andere leute zu besuchen aber was bleibt uns denn anderes übrig die alternative ist nicht zu fotografieren und von daher sind es da auch mal bilder wie heute die jetzt nicht so spektakulär sind und wo sich auch location teilweise wiederholen was ja völlig normal ist wenn wir uns halt nicht wie die wilden durchs ganze land bewegen aber dennoch sollte diese folge acht stattfinden und ich wollte sie euch nicht vorenthalten könnt ja mal eure meinung eure erfahrung derzeit weil weiß noch vom laber abend kam ja auch die frage gehst du überhaupt noch raus oder wie mutter motiviert man sich und einfach machen einfach tun aber schreibt ja vielleicht ihr mal wie ihr momentan daran geht an die thematik oder ob ihr lust verloren habt was natürlich schade wäre ja ich hoffe das hat euch auch diesmal wieder ein bisschen gefallen schreibt gerne unten rein und mal sehen was so die nächsten wochen bringen um eine neue folge zu gestalten wir schauen mal und ich danke euch auf jeden fall für die aufmerksamkeit wie immer danke fürs feedback wünsche euch was schönes werdet und bleibt gesund und auf bald ihr lieben macht's gut